Hey, hallo und herzlich willkommen zu The Baby in Yellow. Ich habe gelesen, es hat fünf Nächte ähnlich wie FNAF. Wir sind bei Nacht Nummer 1. Mal schauen, wie lange wir brauchen. Aber ich würde sagen, unlange Umschweife, Kamera mache ich weg. Und wir starten in die Nacht Nummer 1. Der Sitter, Zeit fürs Bett, das Kind. Ist es das, was man sich vorstellt? Akt 1, Szene 2, los geht's! Okay, das war ein schneller Einstieg. So, Nacht Nummer 1. Babyfiltern. Flasche aus dem Kühlschrank nehmen. Wir gucken es uns erstmal an. Hallo? Na? Na, du Kleiner? Hi! Wee! Na? Hast du auch so viel Spaß wie wir? Oh Gott, das wird eine schöne Nacht. Wehe, es wird keine schöne Nacht. Wehe. Okay, wir füllen das Baby erstmal. Äh, Kühlschrank. Kühlschrank, ah. Ja, hat er die gezeichnet? Warte mal, er mag, er mag keine Schnurrer, aber gehörnde Ziegen. Und Milch und Schlüpfer. Und er geht nicht gern aufs Klo. Flasche nehmen. Was haben wir denn sonst noch? Er schneidet den Zwiebeln so und legt sie in den Kühlschrank. Aber gut. Aber gut. Baby, die Flasche geben. So. Ja. Der Lächeltor hat gleich mal an die Hosen gemacht. Ja. Warum hat er da... Warum hat er ein Pflaster auf dem Knie? Äh, zum Wickeltisch. Wo ist denn der Wickeltisch? Ja. Spielzeug ist so verriegelt. Sechs. Was? Sechs weitere Seelen. Hast du etwas Seelen gegessen? Hast du Seelen gegessen? Ja. Okay. Hinten ist der Wickeltisch. Äh, neue... Die habe ich schon gesehen. Die liegt hier vorne. Wir haben noch eine einzige. Baby. Baby. Was machst du denn da? Wir müssen erstmal... Nein. Wir müssen erstmal Windel wechseln. Dann können wir spielen. So. Hier hin. Nein, nein. Hier hin. Und da. So. Guck mal. Ich muss die alte gar nicht wegbringen. Die ist selbst weg. Baby ins Bett bringen. Das war schon. Habt euch verorscht. Wir spielen nicht. Es geht ab ins Bett. Ob ich mir einen Film angucken kann. Mit hier Disney+. Was abonniert wurde. von denen... Die berechtigt nicht... Wir sind ja nur Babysitter. Hinterbett. So. Rein mit dir. Geschichtsbuch. Was willst du denn? Der Prinz und die Katze. Was ist jetzt noch anderes? Königsstück nehmen. Haben wir irgendwo... Haben wir ein Schachbrett irgendwo? Na. Warum guck ich so traurig? Warte mal, warte mal. Das ist sein Lieblingskuschelt hier. Denk ich mal. Nach der Zeichnung. So. Und dann lesen wir noch was vor. Der Prinz und die Katze. Ups. Nach hinsetzen. Setzen und lesen. Okay. Der Prinz und die Katze. Ich lese das selber. Am anderen Ufer, in fernen Ländern, mit dunklen Sternen über dem Kopf, schlief der Prinz tief und fest. Da sprang eine Katze auf sein Bett. Ich habe einen geheimen Garten gefunden, sagte die Katze mit viel Freude. Aufgeregt rannte sie nach draußen, Entdecker in der Nacht. Ja, da freut er sich. Sie gingen durch das goldene Tor. Schau, die schönen Bäume. Sie gingen den hübschen Kieselweg entlang. Schau, die bunten Blumen. Wir gingen an dem märchenhaften Springbrunnen vorbei. Schau, das tanzende Wasser. Schau. Schau, schau. Aber der Prinz mochte den Garten nicht und fing an, die Bäume zu fällen. Und riss Blumen aus, zerstörte die Hecken und riss alle Blätter ab. Alles ruinierte er zum Spaß. Die Katze sah ängstlich aus. Deswegen sieht die Katze so ängstlich aus. Das war ein Fehler, rief die Katze. Ich hätte ihn nie hierher bringen dürfen. Ich hätte auch nie hierher gehen dürfen. Gehen und Tür schließen. Gute Nacht, kleiner Prinz. Gibt sie Katze wirklich? Ich habe gelesen. Ich habe gelesen am 26. Mai. Am 26. Mai kommt ein neues Kapitel raus. Ähm, mit der schwarzen Katze. Schnee. Eine Curiosity in July. Nach so einem süßen Spring. Wenn es so weiter geht, haben wir den auch bald. Halt! Entschuldigung. Mit dem Kind? Mit dem Kind? Kann das Kind andere Dimensionen erschaffen? Schlimmer als der Tod? Schlimmer als der Tod? Oh, okay. Hat er... Warum? Warum hat er seinen zerflatterten Mantel geöffnet? Der hat doch nur... Der hat doch noch so einen Einmann an. Okay, wir sollen aufs Sofa. Sofa und Fernsehen gucken. Was haben wir denn hier? Der Harley-See. Einführung für Besucher. Rätsel der Hyaden. Der gute Ruf und wie man ihn rettet. Oh, das könnte ich... Wasserhahn aufdrehen. Noch eine Seele. Großkopfbundes freigeschalten. Run. Nein, wir rennen noch nicht. Noch eine. Hallo? Das ist doch nur ein Baby. Wir gucken jetzt Disney+. Oder Netflix. Oder Prime. Oder alles. Gleichzeitig. Oh. Ja, ja. Ich bin schon da. Nicht weinen. Du bist doch wieder irgendwo geportet. Ich hab dich... Ich hab dich porten hören. Hä? Hä? Aber wo? Hier ist zu. Ach, hier. Ja. Komm her. Komm her. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Das mag er nicht so. Was willst du denn? Wieder ins Bett bringen? Na gut. Na gut. Können wir nicht, können wir nicht... Okay, wir müssen noch drei, noch drei Seelen... Das ist aber auch, wie das hin und her fliegt, ne? Ui! Äh, drei Seelen befreien, dann können wir eine Spielzeugkiste machen. Können wir... Wir können ja mal... Wir können ja mal hier nochmal nach... Nach, nach, nach Seelen gucken. Guck, geht da rein. Ja, ja, ja. Du kriegst was anderes. Du kriegst die Katze. Ja, 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 war klar. Jetzt auch der König Block nehmen. Was ist das für ein Buch? Kreidekunst im Wandel der Zeit. Sehr weh. Ihr habt das gesehen. Studiere Kreidekunst. Gummiente. Die Unterwelt. Uh, Gute-Nacht-Lektüre. Da ist noch eine Seele. Uh, 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 uh. Was haben wir hier noch? Äh, Träumen wie ein König. Geschichten für gruselige Kinder. Ja, und ja, ja. Kriegst du auch noch so. Tschüssi. Chillen. Du sollst hier jetzt... Sag mal. Mensch, 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 Mensch. Oh, das soll doch ein einfacher Job sein. Pflanzen wir uns wieder hin. Ist auch schön, wie schnell wir einnicken. Hätten wir auch oben sitzen bleiben können beim Kind. Uh, das war's. Geschafft. Nacht Nummer zwei. Das Kind lacht. Guck, guck. Ist das nicht lustig? Der Sitter. Ich hab doch gesagt, lass das. Lass das. So, wo ist mein kleiner scheiße Bär? Pupsi Pups. Pupsi Pups. Na, guckst du, guckst du Fernsehen? Gibt's nicht. Gibt's bei mir nicht. Rein da. Erst die Arbeit, dann das Spiel. Ja, na. Alter. Uh, heute ist es die Katze, die er mag. Hast du mir. Hast du. Baby. Baby, ich werd gleich sauer. Ich schieß mit Eiern. Hast du jetzt davon. Ich möchte den Mülleimer. Ich möchte diesen Mülleimer für zu Hause haben. Eine Scheibe Brot. Kann ich wirklich, ich kann alles dreckig machen und. Ah, ist doch befriedigend, das nicht bei sich zu Hause zu machen. So. Baby, ich bin sauer. Puh. Und alles sauber. Heiden. Heiden. Nein, wir spielen doch nur. Kochen für Windeln. Kochen für Windeln? Okay. Ähm. Das einzige Kochboot, das du jemals brauchen wirst. Band Nummer. Nummer zwei. Ist deine inneren Dämonen. Sprechen nicht kochen. Hören nicht kochen. Sehen nicht kochen. Ist das? Ich muss gerade mal kurz bei OBS gucken. Dieser Sound ist sehr leise, oder? Vielleicht hört man jetzt, jetzt hört man glaube ich ein bisschen mehr. Äh, die Flasche finden. Da ist die Flasche. Hab sie. Ich hoffe, ihr hattet vorher auch schon Sound. Kalt's Gott, du Regensaun. Ja. So. Und wieder gleich nach dem... Ich glaube, der hat schon Laktoseintoleranz als kleiner Junge hier. Ups. Nein. Huch. Nein. Was machst du mit der Windel? Komm her. Nicht... Nein. Irgendwas gibt's hier. Hä? Hier. Komm her. Oh. Ja, komm her. Nein. Hallo. Bleib doch mal stehen. Ich hab auch gesperrt. Das ist Elternschlafzimmer. Da darfst du nicht rein. Im Notfall, Klaus. Ja, es ist kein Notfall. Okay, ist aber gut zu wissen. Vielen Dank. Am Dezember. Robert. Robert. Guck, ihr habt mich angerufen. Die wissen das. Die wissen das schon. Cool. Ich hoffe, ich hoffe, das Baby ist noch da. Guck mal. Upsi. Und schon wieder ab ins Bett. Bei mir gibt's keinen... Bei mir gibt's keinen anderen Spaß. Ich hab das gesehen. Ich hab das gesehen. Nein, 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 nein. Haben wir heute ein anderes Buch zum Lesen? Prinz und Kaninchen. Oh. Hab ich hier. Prinz und Kaninchen. Wir lesen wieder. Nein. Prinz und Kaninchen. Als das Kaninchen zu Besuch kam, sagte der Prinz... Zeit zum Spielen. Aber seine großen roten Augen machten ihr Angst und sie wollten nicht bleiben. Schnell zum Ausgang hüpfe das kleine Kaninchen. Der Prinz ran direkt hinter ihr her und schrie... Haltet sie auf! Durch. Was? Ich wollte das zu Ende lesen. Lies sie mal. Das richtige Blühstür... Wir lesen das trotzdem. Nein, wir lesen das zu Ende. Willst du doch nicht. Ich krieg Acklei-Rote Augen hier. Na gut. Hier. Weil die Geschichte es so magst. Wundert mich nicht. Weiterlesen. Dürfen wir jetzt so. Okay. Durch dunkle Gänge jagt er sie. Hüpf, hüpf, hüpf. Ein unerbittlicher, vergeblicher Fluch. Hüpf, hüpf, hüpf. Runde um Runde im Palast. In und aus dem Raum und aus der Sicht. Hüpf, hüpf, hüpf. Der Prinz, er konnte sie nicht fangen. Dein Herz war erfüllt von Zorn. Das Kaninchen schlüpfte zur Tür hinaus und verschwand den Weg hinunter. Der Prinz rief. Ich brauche neue Freunde. Mehr. Jetzt. Noch einen. Ich bringe dir welche. Mach dir keine Sorgen. Er widete seine liebevolle, fürsorgliche Mutter. Wo ist der? Wo ist der Hase? Der Hase ist weg. Der Hase hat es geschafft. Chill mal. Nee, wir suchen Seelen. Seelen. Run. Ich befreie Seelen in meiner Freizeit. Wie spät haben wir es denn? Null Uhr. Ist ganz schön spät für das Kind. Was liest sie so? Willingssonnen und fremde Monde. Cool. Bisschen Okkultismus. Ach, sie macht die Bücher. Also die Mama wahrscheinlich. Die Mama macht die Bücher. Selbst. Kinderbuchautoren. Weiß jetzt nicht unbedingt, ob sich diese... Ob sich diese... Kann ich? Uh, mach ich gleich. Ob sich die Bücher selber kaufen werden. Ballon. Basketball. Doktor. Blockieren. Bei der Kanone, Flugzeug, Zug, Xylophon, Zombie-Auto. Was bist du denn? Kann ich was essen? Tschüss. Okay. Chillen. Keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Nein. Was ist das? Ach, ich kann... Oh. Huch. Kopf gesenkt, die gedrehten Hörner stolz. Ein klickender Schrei, schrill und laut. Blindlings hinein. Nibblige Kuckuck. Was ist das für ein Spielzeug? Toll. Toll. Okay. Wir sehen uns gleich an der Stelle wieder. So. Diesmal komme ich in der Küste nach. Wir gehen gleich aufs Sofa. Nein. Warum ist der Hase jetzt hier unten? Warum sind das so hier Flecken? Wer? Was? Ich kann raus. Gesperrt. Ne, ne, ne. Wir gucken jetzt erstmal um. Ich hab die Spielkonsole gesehen. Die... Oh, Post. Fremde Post. Mensch. Bewahrtung geschlossen. Ja, ha... Okay. Wie ist er mir denn hier hochgekommen? Ach, das ist kein... Das sah wie eine Spielkonsole aus. Das ist ein Toaster. Cool. Und der Hase ist... Oh. Hasi. Der Hase ist weg. Aber er hat's geschafft. Ach. Toasty 4000. Sehr cool. So. Jetzt aber bin ich auch schon ganz schön... Bitte. Bitte. Nacht Nummer 3. Uh. Zwei Nächte überstanden. Nacht Nummer 3. Der Sitter. Gute Nacht. Süße Träume. Das Kind. Ich werde dir meine Träume zeigen. Hahaha. Das klingt wie eine Drohung. Mir gefällt's. Hallo. Kindi. Wo bist denn du? Wo? Nach oben. Ich weiß, wie ich das Kind beruhige. Hiermit. Guck mal, was ich gekauft habe. Ja, ich komme doch schon. Guck mal. Bupsi. Bupsi. Kann ich das nicht? Kann ich das nicht anziehen? Ich bin jetzt... Ach, Mann. Hä? Kinderbett? Okay, ich kann das noch nicht machen. Äh, was haben wir heute? Der Prinz und das Schaf. Gehen und Tür schließen. Etwas zu essen suchen. Vielleicht ein Käsebrot. Haben wir auch den Toasty gekauft. Der Toasty steht ja hier jetzt, oder? Toasty 4000. Wir machen eine Scheibe Brot da rein. Dann eine Scheibe Käse. Nein. Nein, keine Käse zum Schluss. Erst eine Scheibe Schinken. Dann eine Scheibe Tomate. Gucke wäre mir zwar lieber, aber die gibt es ja ja nicht. Was ist das? Ah. Nehmen wir doch noch ein bisschen Gucke. Nein. Tomate kannst du mitnehmen. Käse drauf. Nochmal. Wir hätten vielleicht noch irgendwie sowas wie Ketchup drauf machen sollen. Aber gut. Ah. Aua. Ich glaube, der ist nicht so... Mühl mich. Ach, feed me. Baby, füttern du Monster. Was? Warum? Ich will... Darf ich nicht selbst was... Warum darf ich nicht selbst was essen? Baby. Oh, ist ein bisschen frisch hier. Sag mal, erst willst du was zu essen haben und dann sowas hier, oder was? Das ist aber cool, wenn man dann doch ein bisschen mehr Platz im Kühlschrank hat. Hallo. Jetzt werde aber... Ich werde aber auch so sauer, wenn ich Hunger habe. Kann ich... Kann ich vollkommen verstehen. Kannst du das hier wieder wegmachen? Du bist doch jetzt gefüttert. Na gut. Dann bleiben wir halt noch ein bisschen in dieser Zwischenwelt. Böses Baby. Ganz, ganz böses Baby. Hallo. Oh, wie sieht es trotzdem niedlich aus? Baby, was das du... Oh ja. Oh ja, stimmt. Hi. Wo lang? Au. Baby, warte doch. Ich hole schon. Abwachen. Hallo. Du kannst schon hierbleiben. Notfall. Wo ist es? Beruhig das Baby. Baby. Ich komme schon. Dämonenkind. Rein, Dämon. Mann, 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 Mann. Weißt du was? So, reißt mir mit dir. Rein da. Ähm. Ähm. Huch. Jetzt schläft er tief und fest. Naaah. Eins. Oh mein Gott. Das, das, das gibt's. Nein. Was mache ich hier? Wenigstens, wenigstens, wenigstens zählen. Los. Los. Es ist, es ist einmal ruhig. Oh, das kann ich, kann ich das auch von unten machen? Das funktioniert so nicht. Fünf. Das werde ich mit ihm nie wieder machen können. Der ist einmal so ruhig. Sechs. Warte mal, kann ich das nicht auch eigentlich, kann ich doch eigentlich auch. Na, komm. Na, 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 na. Kann ich dann? Ne, muss ich doch loslassen. Lieben. Ja, aber, wie er einfach schon schläft. Hey, das war, das hat gegolten. Acht. Keine Ahnung, ob da irgendwas passiert. Könnt ja auch mal gucken, ob wir irgendwelche, irgendwie Achievements noch kriegen. Yeah. Doch, bei zehn. Arztgeschenk verriegelt. Selbst weitere Seelen finden. Hatten wir nicht, hatten wir nicht. Gibt das Kapitelauswahl. Hier gab es das doch. Großkopfmodus. Otz und Weiß bei acht. Hütte, äh, Hüte bei zehn. Ein Arztgeschenk bei zwölf. Großkopfmodus. Ähm. Oh Gott, ultra loaning. Was, was? Na. Na, du süßer Kleiner. Kleiner Wasserkopf hier. Oh. 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 Hallo. Du willst, ja, ja, wir lesen jetzt, wir lesen jetzt für dich eine Geschichte. Hast aber auch gerade so perfekt. Oh Gott. Hallo. Ja, geh ins Bett. Geh ins Bett jetzt, ey. Oh. Wir lesen doch schon. Der Prinz und das Schaf. Du willst das scharf. Oh Gott, das ist auch mal scharf. Das guckt schon so. Hier. Dann lesen wir mal. Der Prinz und das Schaf. Los geht's. Der ganze Palast war kalt. Der Mond draußen schien so hell. Der Winter blies unentweg. Oh nein. Die Vorhänge flogen in die Höhe. Der kleine Prinz lag in seinem Bett und fand keinen Schlaf. Als er rief nach seiner Mutter. Bitte geh und suche mein Schaf. Ich bin dorstig, sagte der Prinz. Der holte das Schaf etwas zu trinken. Ich bin schmutzig, sagte der Prinz. Also wechselte der Schaf seine Kleidung. Ich bin müde, sagte der Prinz. Lass mich dich zählen. Eins, zwei, drei. Nur eins noch, sagte der Prinz. Bevor ich einschlafe, er öffne seine großen roten Augen und trägte sich zum Schaf. Komm zu mir in meine Träume. Bleib für immer in meinem Kopf. Warum? Gehorsam schritt der Schaf voran. Sein Geist war von Angst erfüllt. Es tut mir leid. Müssen wir den jetzt huldigen? Oh Gott, sind wir das Schaf? Ich glaube, wir sind das Schaf. Baby! Gute Nacht. Was? Passiert da noch was? Wir sind jetzt wirklich... Wir sind in seine Träume gelandet, oder? Mehr jetzt. Mehr jetzt. Mehr jetzt. Wohnung betreten. Äh, das war Wohnung Nummer 10, glaube ich. Baby? Was ist das in seinen Träumen, ne? Geh nicht hoch. Gute, guck mal Fernsehen. Irgendwas wüstert hier mit uns. Spielzeugtruhe. Ballon. Basketball. Blockieren. Und eigentlich... Ach, ein Block... Blockieren. Ballon. Geh nicht hoch. Ich bin mir sicher, wir müssen trotzdem hochgehen. Ich würde ihn gern noch... Ich würde ihn gern noch... ...die Öhrchen aufsetzen. Kleinen Moment. Da bin ich wieder. Das ist mein Ersatz, zwar, ich soll nicht hochgehen, aber... Okay, wir folgen dem Hasen. Geh nicht hoch, Pegelschlag, ja. Tut mir ja leid. Wollte ich nicht hingehen sollen. Im Fahrstuhl, ja. Wegen, wegen, wegen hier, hier, hier. Deswegen. Was ist denn über seine Augen? Hallo. Häschen. Drücke abwärts. Pigments Wahnsinn. Gibt's doch nur... ...eine Nächte? Ich dachte, es gibt fünf Nächte. Nell zum Ausgang, der kleine Kaninchen... Äh, Pigments Wahnsinn. Okay. Wir machen das. Wir machen alles. Wir machen alles, was geht jetzt. Wird halt eine längere Folge. Es ist auch nicht so schlimm. Hoff ich. Ähm. Oder vielleicht doch? Hallo? Aua. Aua. Doch, dem weißen Kaninchen weiter folgen. Seele. Oh, wir kommen nach draußen. Ich weiß nicht, ob wir etwas anders machen können. Ob es dann normal weitergegangen wäre. Oder ob das hier normal ist. Ich bin aufgerissen, dass das hier auch normal ist. Warum? Ja, gib mir den Schlüssel. Du hast ja jetzt... Du hast ja nicht eine neue Wohnung jetzt. Hört ihr das ganze Haus? Was? Ehh. Ehh. Was machst du da oben? Komm runter. Wow. Komm her. Man sieht deinen großen Kopf halt überall. Ich halte ja gleich irgendwas ran. Damit du stillliegend bleibst. Baby fangen. Fehlgeschlagen. Wohnung durchsuchen. Okay. Musik zum Abspielen erforderlich. Äh. Schallplatten. Hier lagen doch... Oder hier hängen doch Schallplatten. Bestes DB. Bester... Bester Horror Sound. Nominiert für beste Farbeinsätze in der Musik. Schlimmste Art. Der Text wurde weggekratzt. Gelbes Zeichen. Raumlandschaft. Raumlandschaft. Kann ich das nicht nehmen? Am Ufer. Hausbauhandbuch. Wahnsinn zur Musik. Okay, das kann ich noch nicht machen. Klaviermusik nehmen. Eins von drei. Ne, das ist was anderes. Das sah für mich so aus wie auch ein Stück hier. Oh, eins fehlt noch. Ja, ja, ja. Geht gleich los. Fehlende Platte. Hier ist eine Platte. Ach, zum Aufnehmen wahrscheinlich. Könnt ihr aber auch mal aufräumen. Noch eine... Rekord nehmen. Ach, nee. Rekord nehmen. Ach, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist jetzt so lila. Muss ich die... Nee. Vielleicht, dass die wegen hier... Hier ist rot. Platte abspielen. Oh, grün haben wir auch noch. So, wir brauchen noch ein Blatt hier. Klaviermusik. Okay, geben wir mal die Platte mal. Nein. Kann ich die Platte anhalten. Kann ich die einfach so aussetzen. Okay. Was haben wir bei grün? Okay. Und was haben wir hier noch? Das ist Kindermusik. Das ist das Richtige für die Musik. Äh, fürs Kind. Okay, wir spielen Klavier. Wir können ja auch alles als Babysitter. Na, gefällt dir das? Nur für dich? Ah, the King's Lullaby. Hahaha. Verdient. Tschüss. Kommen wir auch so raus. Vielleicht ein Kaninchenbau. Die Meisterplatte. Schlaflied des Königs. Uh. Damit sollten wir es jetzt hin kriegen. Pickman's Platte anhören. So, mein Kleiner. Hier habe ich was für dich. Viel Spaß. Ich frage das, wo sie jetzt hingeportet. Ah, direkt dorthin. Hm. Das gefällt dir, ne? Danke. Hahaha. Kannst du jetzt nicht weiterblieben. Will deine Musik weiter? Wir gehen. Mir reicht das. Das ist mir zu viel. Äh. Aufzugrufen. Sollte vorzugsweise funktionieren. Sollte. Ja. Schön, wenn er vorzugsweise funktionieren sollte. Natürlich. Könnte ich den nächsten Babysator suchen. Reicht Robert von eurer Liste. Mann, 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 Mann. Aufmachen. Muss ich auch mich mit Elektrik auskennen. Batterien. Ach nee, Sicherungen. Kein Strom. Was haben die denn? Was haben wir denn? Bitteschön. Halt. Für die zweite war es. Sicherungs. Achso. Äh. Für den Stromkasten. Halt. Halt. Nein. Wir halten jetzt nicht. Wir machen hier raus. So. Na. Nehmen. Rein. Na. Nehmen. Rein. Ist der falsche Sicherungskasten? Kommt da nicht auch so eine Sicherung rein? Achso. Ist ja in Ordnung. Wegen Blau. Warte mal, was? Baumbach. Szenen am Ende. Lie. Danke. Mit. Mit dem König immer. Weil der der König ist? Der Prinz. Ja. Die blaue ich nicht. Die habe ich schon. Ja, ja. Mach doch. Königsstück nehmen. Hier. Spiel da mit. Mit dem Zahlenschloss mit 17. Ah. Hier. Eins und sieben. Die haben wir schon mal. Nur die Frage, was die anderen beiden machen. Guck ich das ausprobieren. Vier, drei. Dankeschön. Da ist wahrscheinlich nicht eine Sicherung drin. Vier. Drei. Oder irgendwas, was wir da vorne noch brauchen. Ne. Achso. Komm her, mein Kleiner. Ja. Viel Spaß. Aber ihr macht Spaß. Das ist der Hauptsache. Da. Einsatzbereit. Und wenn der schon wieder so kommt, dann klappt es wahrscheinlich nicht. Don't leave. Warum? Wird er dein Böse? Das hättest du dir eher überlegen müssen. Nein. Dann sei halt artig. Wäre alles nicht passiert, wenn du noch mal ins Bett gegangen wärst. Das ist so eine Motte. Schneller. Schneller. Oh Gott. Oh. Gute Nacht. Ja. Ja. Ist ja in Ordnung. Wohl. Wohl. Schlüssel. Aufmachen. No escape. No escape. Ja, 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 ja. Komm. Ich zeig dir, wo der escape ist. Äh. Mondschlüssel. 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 Da. Viereck, 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 Viereck. Nein, 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 nein. Da. Ach, Viereck. Dreieck. Hä? Aber da konnte ich doch gerade nicht lang. Dann nochmal. So, jetzt aber. Was auch immer da kommt, ist mir wurscht. Nicht irritieren lassen. Schnell. Tschüss. Ich glaube, ich muss den Großkopf wieder rausmachen. Der Ausgang. Lass mich nicht allein. Bleib hier für immer. Nein. Ich muss auch gleich gucken, was wir noch haben. Jetzt hast du sogar einen Fahrstuhl in deiner Wohnung. So, wir gucken mal noch kurz. Acht. Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß. Ah, nein. Spätzeugkiste. Oh, Trollow. Ich mach den. Es sieht so gut aus. Es sieht einfach so gut aus. Äh, Flasche aus. Es ist jetzt spiegelverkehrt, ne? Ja. Ja. Komm her. Bitteschön. Schlüssel? Den Herzschlüssel. Kann ich den? Na, so einen Wickeltisch bringen. Ja. So einen Wickeltisch bringen. Hier gar nicht mehr. Hier gar nicht mehr sehe ich gerade. Warte mal. Der ist generell größer geworden. Ach, war ja klar. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Nein. Wir können nachher Fernsehen gucken. Erst gibt es neue Unterhosen. So. Alles von vorn? Nee. So, ich hätte das alles schaffen müssen, bevor die Musik zu Ende ist, oder? Ach, gut. Dann nochmal. Bam. So. Schneller, 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 baps. Ja, 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 baps. Schnell, 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 schnell. Nein. Fernsehkanzel auch noch nachher. Baps, 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 baps. So. Nein, ich mach das nicht nochmal. Ich mach das nicht nochmal. So. Tschüss. Wo war das Binnen nach unten? Wo war das Kind nach unten? Klofon. Nein, ich wollte das Klofon noch haben. Baps. Gib mir das. Ah. Da. Hast du Pech gehabt? Nein. Das willst du nicht? Gut. Da hast du deine, da hast du deine Flasche. Bitteschön. Schmecken lassen. Und ich geh jetzt, ich geh jetzt, ich geh jetzt, deine Sachen reingucken. Er hat Schlüssel. Du hast ja Brettschüs gehabt. Deine blöden Spielchen kannst du mit jemand anderem machen. Das ist langsam mal gut hier. Ja. Ja. Kann ich die, ich möchte die Zug nehmen. Ja. War ja klar. Es war so klar, dass du das willst. Baby füttern, fehlgeschlagen. Baby ins Bett bringen. Ein müde Junge. Äh. Okay. Die Frage ist nur, ist man ja auch in die 10? Dann wahrscheinlich ganz nach hinten. Nee. Okay. Da. Da. Da ist das Prinzen. Dieser Kopf. So. Hier freust du dich doch bestimmt. Bitteschön. Darf ich jetzt gehen? Ich gehe jetzt. Tschüss. Natürlich. Nein. Wenn ich ohne das Kind gehe. Wir dürfen halt nicht auf seine, nein, wir dürfen halt nicht auf seine Spielchen eingehen, denke ich. Kann alleine spielen. Wer das unbedingt möchte, kann das alleine machen. Aber ohne uns. Unter uns entgegen. Das ist schon lustig. Das ist auf jeden Fall lustig. Ach, noch eine Seele. Mach ich. Davon auch anders. Fehlgeschlagen. Bären sehen. Okay. Wow. Wie komme ich denn da durch? Gott, ist das fies. Ich gucke nicht. Lass mich. Ich wollte das eine ganze Zeit machen. Davon habe ich ja den Job eigentlich angenommen, um kostenlos Fernsehen zu gucken. Bezahlfernsehen. Aber nein. Du dachtest ja irgendwie, du musst mich hier mit mir spielen. Von mir. Von mir. Ist das? Das sind so Vorgänger. Aufmachen. Irgendwo häng ich. Scheiße, wie komme ich denn? So. Nein. Wie viel denn noch? Langsam mal gut hier. Ha ha. Ups. Baby nehmen? Nee. Nein. Oh Gott. Ich wollte auch mal gucken. Fehlgeschlagen. Baby ins Bett bringen. Schon wieder. Ein sehr müder Junge. Sehr müde. Nö, ich setze mich selbst auf den Thron. Hätte ich mich nicht selbst hinsetzen? Da wäre es sehr böse. Das sollte nicht sehr müde heißen, sondern ein sehr böser Junge. Mhm. Mhm. Nein. Da wir werden nie wieder Babysitten. Wie wieder? Reicht. Oh nein. 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 Ach, das ist noch. Okay. Bleibt mir aber nichts anderes über, als sehr lang zu gehen. Das ist eine wahre Gestalt. Ich bin mir uneins, ob ich ihn unbedingt nehmen sollte und da reinbringen. Aber... Aber... Ups. Hier blieb nichts anderes übrig. Klein und harmlos, sofern nicht gefüttert. Weit ich... Nein. Nein. Ein angeweitet. Nein. Angst auf Hös. Aber Angst auf Hös. Frau zu einem. So. Hallo. Bäm. Du kannst fliegen. Geh selber ins Bett. Schönen wir mal. Na los. Hä? Hä? Ich möchte... Hallo. Kann ich nicht... Ich möchte lang... Ich muss ihn wirklich erst ins Bett bringen, oder? Und ein Schnellrennen. Weil ich konnte da jetzt nicht lang. Ach, komm. Okay, ne, aber wie... Hä? Ich kam da... Ich kam da nicht ran. Launt in den Schatten der Toten. Carcosa. Hä? Ich muss noch mal... Ich muss noch mal gucken. Äh, wir sehen uns an der Stelle gleich wieder. So. Dann probieren wir das noch mal. Ich komm da... Ich komm da nicht lang. Ich hätte ja gedacht, dass wir irgendwie runterspringen müssen. Aber er lässt mich nicht. Was mache ich falsch? Wir haben die Hüte freigeschalten. Natürlich gucken wir das erst an. Kleidet, Mütze, Krone, Partyhut, Piratenhut, Sonnenbrille. Uh, schick, Piratenhut, Partyhut. Nee, Krone verdienst du nicht. Mütze. Kleidet. Äh, Partyhut. Ist das eigentlich ein Bienchen? Mit einem Bienchenkostüm? Oh, guck mal! Guck mal, wie niedlich! Hui! So, darf ich jetzt? Ich hab mich verkleidet. Lass mich doch! Irgendwas... Ich weiß nicht, warum ich da nicht lang kann. Er sagt ja, ich muss da lang. Aber irgendwas, irgendwas übersehe ich. Ich probier mal noch ein bisschen rum. Dann sehen wir uns gleich wieder. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist mit Baby vielleicht über die Kante zu gehen. Oder das Baby über die Kante zu werfen. Oh! Oh, lass mich nicht! Gut, gut. Dann haben wir's jetzt, ja. Dann sind wir jetzt raus. Verletzlich. Bei Ängstsicht ist Fehlgeschlagen. Was bist du denn? Gesperrt, gesperrt. Verletzlich. Nein, nein, das ist zu offensichtlich. Der Exit ist zu offensichtlich. Darf ich doch. Na toll! Okay, danke. Wir hatten das... Okay, wir hatten das schon mal. Einfach weiter rennen. Einfach weiter rennen. So. Hier lang. Und dann einfach weiter rennen. Doch nicht. Aber... Wo hätte ich denn jetzt... Hab ich... Ich hab schon wieder das hier übersehen. Ah! Das hier hab ich übersehen. Oh Gott. Verstecken spielen. Komm und such mich. Mach zu! Zug nehmen. Nein. Nein. Nein, ich möchte den König nehmen. Eine fehlt noch. Don't leave. Eine Seele fehlt noch. Dann haben wir alle befreit. Das ist ja aber sein Pfad. Ich möchte nicht auf seinen Pfad wandeln. Okay. Huh! Nicht runterfallen. Coward. Acht, 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 acht. Nein. Wir folgen dem Hasen. 2, 2, 2, 2, 2. Huh! Coward laufen jetzt zum Schluss. Aber ich hab's gesehen. Da waren Teile auf dem Boden. Die Grünen. Wir folgen ja den Grünen. Weil seine Führer immer nur uns verderben. So. Da lang. Wobei wir jetzt auch nicht unbedingt wissen, ob die Grünen uns am Ende rausbringen. Vielleicht spielt ja auch nur ein Spiel mit uns. So. Jetzt fahr's hier links oder rechts. Da durch. Da lang. Danke. Raus! In die Freiheit! Lauf, kleines Kaninchen. Du bist nicht alleine. Es wird immer andere geben. Okay. Die schwarze Katze nähert sich am 26.05. Neue Bereiche, Rätsel, Outfits und Story. In der Zwischenzeit kannst du Team Terrible. Okay. Zurück zu Nacht Nummer 1. Wir haben eine nicht gefunden. Eine Seele haben wir nicht gefunden. Ah, schade. Aber gut. Das war The Baby in Yellow. Ist doch anders, als ich es mir vorgestellt hätte. Aber sehr cool. Darf ich, dass es umsonst ist. Ähm. Zumindest auf dem PC. Ich glaube, auf dem Handy gibt es das Spiel auch. Weiß ich aber nicht, ob es was kostet. Äh, oder ob es dann werbe, werbefinanziert ist. Auf jeden Fall. Andererseits gedacht. Und, äh, ich bin gespannt aufs Update. Ich glaube, dann schauen wir auch nochmal rein. Also, treibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Wahrscheinlich kennt ihr das auch schon. Es wurde ja teilweise sehr gehypt. Und dann würde ich mich freuen. Ach, ne, warte mal. Das war ja auch das letzte Easter Beaster Game für dieses Jahr. Also, mit Easter Beaster geht es dann nächstes Jahr weiter. Mit wieder ein paar Indie Games. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir nicht generell noch ein paar Indie Games oder kurze Short Games spielen. Also, da werden auch noch nächste Zeit ein paar kommen. Oder ab und an mal. Wir schauen mal. Also, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Let's Play wiedersehen. Also, bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.